Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute springen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt mal los. Beziehungsweise ich spiele ja schon. So, wir müssen jetzt hier erstmal... Irgendwas brauchen wir, dass wir da rüberkommen. So, aha. So, komm mal her, du Frau. Nein, die Frau. Danke. Bam, 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 bam. Geht weg, ihr blöden Viecher. So. Okay, das Gute ist, sie können mich schon nicht angreifen. Geh weg. So, jetzt kommt ihr hier durch. Moin. Gut, wir gehen hier mal durch und brauchen dann den Kollegen hier. Hallo Leute, ich habe auf Netflix diese Jurassic World Staffel da angeguckt. Also bin auch dabei, die anzugucken. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Mit Mr. DNS macht Lernen wirklich Spaß. Sicher, dass das Spaß macht? Ich weiß ja nicht. Aber mal sehen. Alles klar. Das ist eine Falle. Sie haben uns eine Falle gestellt. Okay, Erics... Hier ist es nicht sicher. Ich kenne ein gutes Versteck. Versteck. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist diese eine Szene aus dem Film, wo die, glaube ich, in den... in den Dingen sind. In diesen Lastern, ne? Und das ist jetzt der hier, der eigentlich gesucht wird und mitgefunden wird, ne? Aber wir sammeln hier natürlich alles ein. Der kann sich ja so unsichtbar machen. Was muss ich denn jetzt hier bauen? Sollte reichen. Wir müssen weitergehen. Okay. Trossant. Aber ich sind die nicht zusammen und mich zu zweit. Also, der eine andere, also... Der eine andere, also... Ich sehe jetzt nur das Kind. Sie müssen das an diesen Baumann bringen. Jo, das mache ich. Eurek. Aber das mussten sie nicht machen. Also, es ist jetzt wieder irgendwie anders. Ah, und ich muss die Fische büttern. Die haben nämlich Hunger. Ich bin ein Weg für sie nach oben. Ich baue das hier mal kurz. Kommen Sie, schnell! Okay, Leute, ich mache mal kurz hier ein... Ich glaube, ich muss mich kurz mal in der Fische büttern. Dann bin ich sofort wieder da. So, da habe ich sie auch schon gefüttert. Fressen Sie da. Ich bin nicht der jetzt. Noch ein Raptor. Aha. Gut, sieh das Dingern zu machen. Weil sonst sehe ich hier nichts, weil es zu hell ist. Äh, ja. Äh, ähm. Upsi. Ich glaube, der hat einen Stromschlauch gekriegt. Okay. Okay, erst weg. Ja. Gut, dann gehe ich mal hier durch, ne? Jungs, aber wo muss ich denn jetzt hier noch hinlaufen, Alter? Ja. So. Einmal aufgemacht hier. Ja. Er ist krank. Wir können ihn nicht hier lassen. Die Raptoren fressen ihn. Moin, Dino. Ey, ich kann es ihm ja aber nicht geben. Na gut, dann mache ich das eben noch nicht. So. Zack, zack, zack. Okay. Wir müssen hier alles abhauen. Okay, jetzt wird es wieder windig. Jetzt tut mein Rollo hier wieder rumtoben. So. Okay, dann mal, let's go. Ja. 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 Okay. So, dann machen wir uns mal kurz dann noch das andere. Ja. 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 Und die Karotte hier hinten. Geh weg, du blöde Maus. So. Dann haben wir nämlich alles. Und dann können wir, ähm, den Dino benutzen. Zack. Muss ich jetzt gegen Raptoren kämpfen, oder was? So. So. Bum. Das war echt knapp. Los, mein Versteck ist gleich hinter diesem Loch. Ey. Okay, jetzt müssen wir hier rüber. Okay, was baue ich jetzt hier schon wieder? Alles klar. Ey, jetzt lass mich hier rüber. Gut, dann bauen wir mal hier, was wir bauen sollen. Ja, ich muss hier noch kurz was bauen. Warten Sie kurz. Ja, wie viele Dinger soll ich denn noch bauen jetzt hier? Gut. Hier nochmal. Jungen, wir müssen ja jetzt hier nur so welche Dinger bauen. So, habe ich jetzt hier bitte alles richtig? Danke. So, dann gehen wir mal rüber. So, jetzt ist hier nämlich der Laster, wo die drin waren. Vielen Dank, Eric. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Deine Eltern sind hier. Sie suchen dich. Sie sind Alan Grant. Was machen Sie denn hier? Deine Eltern haben... ...dich eingeladen mitzufliegen. Vorsichtig damit. T-Rex. Es verscheucht einige von den Kleinen, aber es lockt einen supergroßen an mit einer Flosse. Sie suchen sich an der Flosse. Körn Sie, es ist Kompis. Mh-mh. Gut, gehen wir mal weiter. Haben Sie Angst vor dem Pricks, Bibi? Oder Sie mögen einfach den Geruch nicht? Beziehungsweise, wie wir weitergehen. Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach, die Video, glaube ich, mit keinem mehr verpasst. Habt einen Traumaufentag. Haut rein, Leute, euer Sandu. Ciao.